Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel! Ich habe gedacht, dass ich heute etwas cooles mache. Ich geh heute Lasertext spielen mit ein paar Freunden und habe ich gedenkt, da ja sonst nichts kommt, nehme ich euch halt mit. Wer kommt alles dabei, stelle ich euch gleich vor. Wir laufen jetzt erst mal zu unserem Fahrer, dann holen wir den lieben Jani-Boy ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich verzagen, bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe im Auto. Das ist Tonja, da vorne sitzt Jan und der Fahrer ring ist Anke. Die anderen vier sind im anderen Auto. Ja, und wir fahren jetzt nach Karlsruhe und dann melde ich mich, wenn wir wieder da sind. Bis gleich. So Freunde, wir sind angekommen. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich euch erklären, die Vorstände, die mit dabei sind. Wir haben einmal die Maike, die mit dabei sind, die mit dabei sind. Ich habe die Fahne. Jeder versteckt sich hier. V-A-H-N-E und die Chanette. Also mit S-R. Ja, Chanette mit S-R. Freunde, da ist der Eingang. Ich werde sagen, wie geht es gleich eigentlich. Tschüss. So, wir sind jetzt hier drin. Das ist eigentlich so die Empfangshalle. Und die suchen gerade noch alle ihre Schlösser. Und ich gehe hier rein, weil hier ist grünes Licht. Ähm, Anke, wir haben 20 Minuten bevor das Anfang anfängt. Es fängt um 15 Minuten an und 20 Minuten. Davor bekommen wir die Einweisung. Und ich habe keine Ahnung, ob man mich jetzt versteht. Meine Haare sind auch mal wieder totally not on. Leaks. Meine Snapchatter wissen Bescheid. Ähm, wir chillen jetzt noch ein bisschen und dann melde ich mich gleich ab. So, Aspikos. Äh, jetzt die Einführung, dass ich da drin war. Passt ja mit der Brille auf. Au! Ähm, ich nehme euch nicht mit rein, weil dann könnte es sein, dass mein Handy kaputt geht und ist hier schon mal kaputt gegangen. Deswegen lasse ich euch mit raus und wir gehen jetzt rein und wir spielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir fertig sind. So, die erste Runde ist jetzt vorbei. Wir gehen gleich in die zweite Runde und da das gar nicht so gefährlich ist, nehme ich euch da mit. Aber anscheinend, also ihr werdet mich wahrscheinlich nicht sehen oder irgendwas erkennen, aber ich nehme mich trotzdem mit. Also, wir sehen uns gleich in Wonder Nummer zwei. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Bildschirm oder Kamera? Bildschirm, Kamera, Bildschirm, Kamera. Ha! Tschüss! So, wir sind jetzt drin und wir sind Team Rot. Und das ist hier die Kamera. Und ihr hört uns wahrscheinlich eh nicht. Okay, wir starten schon. Ah, beruhig dich. Das ist jetzt nur Scheiße mit Filmen, weil ich beide einen Trace habe. Leute, ich gewiss die Runde, vielleicht sehen wir es nicht. Ich bin normal. Bis gleich. So, Freunde, zweite Runde vorbei. Und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Was? Ich bin auf dem letzten Platz. Ich war vorher auf dem dritten Platz. Insgesamt sind wir Erster. Insgesamt sind wir Erster. Ja, vom Team bin ich auf dem letzten Platz. Ich bin 16, 17. Oder war ich auf dem dritten? Ich mache ein Bild davon und dann blende ich... Ne, ich blende es euch nicht lang. Ich sitze. Scheiße. Aber insgesamt sind wir Erster, Freunde. Das haben wir super genutzt bekommen. Ja, Mann. War nice. So. Jetzt ziehen sie es an und dann gehen wir noch was essen. Bis gleich. So. Wir sind jetzt im Restaurant und Essen habe ich bestellt. Und wir sehen uns gleich, wenn das Essen wieder reicht. Gell, Maike? Ja. Bis gleich. So. Mein Essen ist da. Du meinst nicht. Ja, es war nett. Hier kommt es dann. Wir essen jetzt. Ihr dürft uns jetzt ein guten Appetit wünschen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir draußen sind. Und dann die Bewertung von diesem Restaurant, wie wir das weiter empfehlen können, gell? Okay. Das musst du weiter empfehlen. Bis gleich. So, wir sind jetzt draußen aus dem Restaurant. Wir. Hauptsache das. Eine Person. Hallo. Ihr war richtig lecker. Ihr warst richtig geil. Ich habe von ihr probiert. Meins war so lalala. Ich hatte halt Spaghetti, ne? Spaghetti ist halt Spaghetti. Ähm. Wir fahren jetzt noch in Rewe. Und dann gucken wir, dass wir draußen noch ein bisschen chillen. Und ich würde sagen, für euch ist es ein mehr als erfolgreicher Tag, Freunde. Ihr seht, was jetzt noch folgt. Yay. Und wir und die Maike sehen uns im nächsten Spot. Tschüss. So. Wir haben lieb wieder Licht. Ähm. Freunde. Wir sind alle so müde. Wir gehen so klein nach Hause. Ich würde sagen, das war's mit dem Tag. Das war's insgesamt mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat. Ihr wisst, was ihr machen könnt. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Oder wenn ihr es noch nicht getan habt. Mich kostenlos abonnieren. Oder mir einen Kommentar da lassen. Allerdings zu den Personen, die ich mag, die heute dabei waren. Abonnenten kosten 1,90 Euro. Ähm. Allerdings zu manchen Personen. Kann man abschneiden. Das seht ihr unten in der Infobox. Vanessa guckt dich voll böse an, Alter. Töte dich gleich. Kann man lieb. Schneidet keine Videos. Ich filme noch. Mach neu. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Mach bitte neu. schöne drauf. metaphοιπόνst. Mobil championships. Mach 4 x K prosen держ히 Tanz. Also haben die Einladung Getrece. Einladung mit einem Funkst Plato. Erkifsäden απο.